Moin zusammen, heute geht's um die Auslosung, oh Gott, meine Stimme klingt noch ganz rau, zu den 3000 Abonnenten. Ich bin gerade nämlich aufgestanden, deswegen seht ihr heute nicht mein Gesicht. Haha! Aber ich kann ja die Verlosung trotzdem machen, weil ihr hört mich ja. Also überlegt habe ich mir, dass ich eine Nummer nehme zwischen 1 und 3000. Und, ähm, ich muss mal gerade tippen. Wenn es eine gerade Nummer ist, also 1 bis 3000, wenn es eine gerade Nummer ist, YouTube, und wenn es eine ungerade Nummer ist, wird es Instagram. Also gerade Nummer YouTube. Generieren. Eine ungerade Nummer, also wird es Instagram. Jetzt habe ich mir das hier schon aufgerufen, also das ist das Bild dazu von Instagram. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich das denn? Da, Ransom, Instagram. Ich habe das hier schon alles geladen, also da sind 48 Kommentare eingegangen, ähm, damit ihr seht, dass das alles hier mit dem rechten Ding zu geht. Und jetzt Start. Jetzt bin ich mal gespannt. Lindys Sternenstaub hat gewonnen, weil du für mich der bodenständigste herzliche Pferdekennadien, blablabla. Autotisch rüber. Geht gerne shoppen und es macht mich groß und spannend, dich zu verfolgen. Ja, herzlichen Glückwunsch Lindys Sternenstaub. Richtig cool, also wie ihr seht, live dabei gewesen und ohne groß gefake und zugeschube war es Lindys Sternenstaub. Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß nicht, okay. Vielen Dank.